Und dann ein Eigentor von Alaba, der sich dahinter die Innenverteidiger zurückfallen hat lassen und den Ball blind zurückspielt zu Österreich und der hat sich neben sein Tor bewegt, um dort anspielbar zu sein für seinen Kapitän und sowas habe ich auch noch nicht gesehen, vom Superstar, der Österreicher, 1 zu 2, skurril, und darf natürlich überhaupt nicht passieren und erst recht nicht gegen Malta.